Moin Moin, hier ist der F und Katharina. Es ist der 18.8.2023, 49 früh und diese Stelle sollte euch bekannt vorkommen. Da war man nämlich schon bei unserer Tour auf den Hochkalder. Das war unsere Pausenstelle hier an der alten Blaueishütte in 1750 Meter Höhe. Zum Hochkalder ging es hier rauf zum schönen Fleck und heute geht es für uns genau auf die andere Seite, nämlich genau zu dem Zacken da über uns. Das ist die Schertenspitze. Wie hoch ist die? 2153 Meter und es sind auch mini Klettersteigeinlagen drin, so a b. Okay, nichts wildes, aber bestimmt sehr interessant, denn die eine Seite, das seht ihr ja auch ganz gut im Bild, die bricht ziemlich steil ab. Und wenn euch interessiert, wie wir überhaupt hierher gekommen sind, dann schaut einfach unser Hochkalder Video an. Den Link blende ich euch oben ein bzw. unten in der Videobeschreibung. So, kleiner Überblick. Für uns geht es jetzt ein kleines bisschen Richtung Blaueisgletscher hoch und dann geht es auch schon links rüber. Dann schleichen wir uns wie immer von hinten an hoch auf den Gipfel der Schertenspitze. Punkt 10 Uhr. Unser persönlicher Sonnenaufgang, wie man gerade sieht. Und los geht's. So, auch gleich ein Lichtbeißer. Jawohl, Schertenspitze, eine Viertelstunde. Hier lang. Ein Blick zurück, weil man von hier nämlich unseren weiteren Weg ganz gut sieht. Da vorne steht Katharina und ab da. In dieser Rampe geht es jetzt erstmal nach oben. Da sind auch schon Leute in der Route. Und dann weiter zum Gipfel. Und nochmal gucken. Ja? Cheers. Cheers. Das ist eine B-Stelle, laut Literatur. Ja, wenn man zu große Füße hat. Und weiter. Also wenn es nass ist, haben die Seile schon ihre Berechtigung. Das auf jeden Fall. Also wenn es nass ist, haben die Seile schon ihre Berechtigung. Hier wird es jetzt ein bisschen bröseliger. Wir sind jetzt schon auf 1900 Meter. Ja, das geht ziemlich flott. Oh, was für eine tolle Aussicht hier. Auch nach hinten, auf dem Gipfel ganz da hinten, oberhalb vom Blaueißgletscher. Da waren wir erst vor ein paar Tagen. Der Hochkalte. Und einmal Panorama für euch. Ab jetzt geht es im Zick. So. So. so Wenn ihr wissen wollt, wie schwer das Gelände ist, ich kann bisher alles aus der Hand filmen. Ich denke, das sagt alles. Da hatte jemand viel Zeit. Ist aber auch eine echt schöne Stelle. Und da geht es weiter. Egal wie rum. Und da geht es weiter. Und da geht es weiter. Und da geht es weiter. Und die nächste Rampe. Das könnte jetzt die erste Stelle werden, wo es schwierig wird mit einer Hand. Also wenn ich die Kamera in der anderen habe. DF macht sich seine eigene Schlüsselstelle. Wenn noch geht es. Du sollst in der Rinne gehen. Wie in der Rinne? Achso. Schnell. Scheiße. Scheiße. Es hat geklappt. Jetzt seht ihr, wie man es richtig macht. Das habe ich nur machen können, weil keiner hinter mir war, dem ich ein paar Steine auf die Birne hätte schmeißen können. Ganz oben sieht man ein paar andere Bergsteiger. Ich gehe mal davon aus. Was? Die sind schon ziemlich am Gipfel. Wir haben auch nur noch 100 Höhenmeter. Okay, hier ist der Schluss mit Rennen. Um das Eck. Da raus. So. Einmal hohes Bein. So ein Mist. Ich kriege es nicht mit einer Hand hin. Kannst du mir die Kamera geben? Ich gebe sie dir wieder. Ich musste die Kamera leider abgeben. Ich brauche beide Hände hier. You lose. Das geht von der Balance nicht anders. Ich weiß. Ich habe es nicht geschafft. Aber schöne Stelle. Da darf ein Lachs hin. Mach Spaß. Und was sagst du? Geht es mit einer Hand? Wenn man lebensmüde ist. Ich bevorzuge zwei. Okay, da habe ich mich doch nicht ganz blamiert. Und weiter geht's. Oh, wenn wir Pech haben, werden wir eingenebelt. Und der Blauassspitze zieht super auf uns zu. Da oben ist der Gipfel, der ist noch frei. Die letzten paar Meter sind noch 40 Höhenmeter. Und wie ihr sehen könnt, ist da am Gipfel ein ziemliches Gedränge. Also nicht wundern, wenn wir etwas wortkarg sind. Ist mir etwas blöd, wenn man vor versammelter Mannschaft irgendwas in die Kamera quatscht. Hier geht es auch richtig gescheit runter. Wir haben einen leichteren Weg vor uns. Das wird jetzt ein bisschen eng mit einer Hand. Deswegen mache ich die bewährte Fressecam. Das wird jetzt nicht lange Nicholas getreht. Das ist ein bisschen. Das ist nicht immer. Ich mache die Anarche��. Das wird jetzt nicht immer. Das ist geschafft. 2.153 Meter, wir sind auf einem Gipfel der Schattenspitze und wir haben den Gipfel für uns allein. Zumindest das Gipfelkreuz. In der Richtung jedenfalls. Wir brauchen mal 11.30 Uhr. Und einmal Panorama. Und auf der Seite geht es wirklich gasstig runter. Ich möchte da gar nicht so weit an den Rand gehen. Und ein Blick auf die andere Seite. Da ist nämlich jetzt auch gerade frei geworden. Das war der Weg nach oben hier. Ja. Wir machen uns jetzt wieder an den Abstieg. Vorher machen wir noch eine ganz kleine Erkundung Richtung Blaueisspitze. Da soll es nämlich eine Kletterroute geben auf der Ostseite. Und wenn wir schon hier sind, dann wollen wir uns die mal kurz angucken. Vielleicht ist das ja was für uns. Oder auch nicht. Auch im Abstieg kann er es nicht lassen. Die Route hat ihn scheinbar unterfordert. Stablos. Die Route hat ihn scheinbar unterfordert. Stablos sind. Diese Route ist nicht so süssig. Da kannst du etwas verraten. Die Route, die Route mit nach oben. Wir sind jetzt an einer Abzweigung. Links runter geht es wieder zur Blaueishütte, wo wir herkommen und hier geht es weiter bis zur Eisbodenscharte. So weit gehen wir nicht, aber zumindest ein kleines Stück, um einen Blick auf die Blaueishütze erhaschen zu können. Und angekommen, weiter gehen wir gar nicht. Sieht schon interessant aus. Auch das Panorama hier ist interessant. Da sieht man sogar die Schönfeldspitze. Kleine Zacken in der Bildmitte. Und den, glaube ich, kennen wir zur Genüge. Ein Kamerad Watzmann. Erkundung schon beendet. Ich weiß, ihr habt jetzt nicht so wahnsinnig viel gesehen. Wir müssen es auch erst daheim am Bildschirm analysieren. Ob es uns was bringt, wissen wir noch nicht. Irgendwann in der Zukunft vielleicht. Wie geht es jetzt weiter? Wir steigen ab, bis wir wieder unten sind. Fast bei unserer Pausenstelle. Nicht ganz bis dahin, weil wir nämlich dem Blaueishütze noch mal einen kurzen Besuch abstatten wollen. Nein, keine Sorge, wir wollen da nicht komplett hochgehen. Einfach mal ein Stück hoch und uns das aus der Nähe anschauen. Wir haben es geschafft. Wir sind abgestiegen, sind jetzt auf 1850 Meter schon wieder aufgestiegen. Direkt vor uns ist die Route auf die Schertenspitze. Sieht man sehr gut von hier. Dann sind wir abgestiegen, mussten ein bisschen runter Richtung Blaueishütte. Die sieht man ganz hinten noch. Ja und jetzt sind wir wieder hoch. Hier in diesem Geschottere. Und da wo Katharina ist, geht es jetzt weiter nach oben. Und den Gletscher sieht man auch schon. Bis dahin gehen wir auf jeden Fall noch. 1900 Meter von Gletscher ist noch keine Spur. Er hat sich schon ziemlich weit zurückgezogen. Da dürfen wir wahrscheinlich noch 50 bis 100 Höhenmeter aufsteigen. Was man allerdings jetzt schon merkt, dass eine kühle Brise von oben herunterweht. Das ist so angenehm. Es ist nämlich ein wirklich heißer Tag heute. Lässt sich jetzt wirklich gut aushalten. Wir sind jetzt auf fast 1950 Meter am Beginn des Gletschers. Und wenn ihr euch fragt, was das für Rohre sind, irgendwoher muss ja die Blaueishütte ihr Wasser bekommen. Genau hier aus dem Gletscher nämlich. Erster Schritt. Auf dem Gletscher. Ja. Ist recht fest. Auch natürlich angetaut. Wir haben übrigens keine Gletscherausrüstung dabei. Das brauchen wir auch nicht für das, was wir vorhaben. Wir wollen nur ein paar Schritte nach oben und mal ein bisschen gucken. Wir werden garantiert nicht in den oberen, schweren Teil einsteigen. Was wir aber dabei haben, ist erstes Mal Stöcke, klar, und auch Grödeln. Das ist besser als gar nichts. Wir dürfen ja nicht wie wild herumschlittern. Also, dann wollen wir mal. Ja, wir waren tatsächlich so blöd und haben die ganze Zeit die Grödeln mit uns herumgeschleppt. Ich habe schon ein paar Sachen mit uns herumgeschleppt. Ich hoffe, ihr könnt uns noch ganz gut verstehen. Hier bläst nämlich eine ganz gute kalte Brise von oben runter. Wir sind jetzt auf etwa 2050 Meter Höhe. Am Ende des ersten Schneefels. Hier sieht man das Schmelzwald. Wasser, was aus dem oberen Gletscher kommt. Da, wo Katharina steht, war ich gerade eben noch. Bin jetzt nochmal hier rauf. Da fließt das Wasser runter vom Gletscher. Und hier ist jetzt für uns Schluss. Das ist jetzt der mittlere Teil. Und den oberen Teil, den sieht man schon gar nicht mehr, wird durch die Felsen verdeckt. Und nochmal Panorama. DENTEN Ja. 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 pause nur irgendwie ist das ziemlich kalt ich habe eine bessere idee wäre es mit einem fetten stück kuchen an der warmen blaueis hütte sofort dabei war ein milchkaffee und los 15 20 wir sind zurück an der blaueis hütte und jetzt geht es erstmal ordentlich kuchen und das ist unser ausblick beim futtern und bevor jetzt in die matscheibe reinbeißt machen wir erst mal einen cut und mit diesem wunderschönen panorama verabschieden wir uns jetzt von der blaueis hütte und machen uns wieder an den abstieg wir gehen jetzt wieder den gleichen weg zurück den wir heute früh aufgestiegen sind es gibt also nichts neues und das ist wie immer die richtige zeit für unser resümee schertenspitze ist eine sehr lohnende tour nicht zu lang nicht zu hoch nicht zu schwer also man muss noch nicht super klettern können aber mal am kabel hin lang sollte man bietet fantastische aus und tiefblicke lohnt sich wirklich und von da aus kann man auch mal eben locker noch zum blaueis gletscher rüber gehen er ist sehr faszinierend anzuschauen auch wenn nicht mehr viel von dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen kann ich nur sagen danke fürs zuschauen macht's gut und bis zum nächsten video und der kuchen ist lecker